Ich stehe wieder nicht nah genug, ne? Jetzt. So und dann... Bird, Vieh, der Bugs. Jawohl. Haben wir jetzt. So, dann holen wir nochmal den Schrubber hier. So, kommt jetzt noch wer? Ist jetzt zu? Oder wie? Oder was? Wir schauen mal, ne? Ich glaube, bis 21 oder bis 22 Uhr ging das. Ich mache jetzt zu. Dann werde ich mal kurz was essen und was trinken. Wir haben also auch ein bisschen Gewinn gemacht im Gegensatz zum Vortag. So, dann geht mal her, hier. Drinks. Ein Wasser. So, dann muss ich da klicken. Snacks und Food. Nehmen wir ein. Das wird teuer. Nehmen wir ein Donut. Jawohl. So, dann lass mal. Ja, das reicht. Das reicht. So, dann gucken wir mal, dass wir alles wieder auffüllen können im Laden. So. Also, uns fehlen. Auf jeden Fall. Können wir denn überhaupt... Warte mal. Ich könnte schon mehr kaufen, ne? Aber so viel geht halt nicht. Also. Wir haben jetzt hier drei Männchen. also vier Männchen, sieben Weibchen. Eins, zwei, drei, vier. Ah, jetzt wird es sechs, sieben. Ich mache mal sieben, sieben. Das lässt sich besser rechnen. So, dann haben wir hier ein Weibchen drin, von diesen gelben. Ne. Ein Weibchen von den gelben. Also. Sechs Weibchen. Sieben Männchen. Und von denen hier. Also fünf Männchen und vier Weibchen. Fünf Männchen und vier Weibchen. Männchen und vier Weibchen. So, okay. Und dann hier Vögelchen. Wir nehmen wir hier nur mal ein Männchen. Das reicht. Wird's. Ein Männchen. Ein Männchen. So, dann haben wir noch acht Käfige. Wird Käfige. Acht. Ach so. Das geht erst dann. Alles klar. Dann warten wir mal auf die Vögelchen. Auf die Vögelchen. Jawohl, ich komme. Supi. So, dann. Dann machen wir schon mal. Und Aquarien. Die sind zu teuer, ne? So. Inventory. Box. Büsche. Ja. Ja. Place. Take. Place. Take. So, dann. Place. Max. Take. Max. Take. ja gleich max tag und vögelchen ok so dann gucken wir auch noch mal so dann haben wir das auch so dann machen wir hier wieder voll jawohl dann ist jetzt hier wirklich voll okay und so wie sieht es mir mit 80 80 da haben wir noch genug so und hier ich kann 21 filter und 14 wird trinker 1 20 ich habe schon wieder vergessen schlimm 14 wird trinker ok 14 wird trinker hatte basket und futter wenn wir noch 40 fisch und 37 vogel 40 fisch 40 fisch und 37 vogel vogel ok das ging nicht mehr so was können wir denn dann überhaupt noch äh also birds gehen erst mit level 4 wir weiter und mir fehlen dann 1 2 3 3 3 sorten fische ne das heißt ja okay weil ich bescheid drei sorten fische drei sorten fische so 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 25 25 okay die 7 bestelle ich jetzt nicht ne so dann haben wir das hier auch wieder voll was heißt wieder so voll war es noch nie so dann machen wir noch mal ein bisschen sauber achso jetzt habe ich äh warte mal inventory achso die angefangenen alles klar alles klar alles klar alles klar super so mal gucken inventory so dann geht mal okay und dann ja ist ja jetzt mal ruhig okay so und dann ich muss mal das Fischfutter okay das brauchen sie noch nicht okay dann sauber machen sauber machen war hier mit der bürste ne bam 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 der ist clean der sieht aber 78% ist mir aber nicht sauber genug jetzt okay so und dann nehmen wir noch mal den Schwamm okay dann ist es sauber von mir aus okay alles klar dann haben wir alles sauber alles aufgefüllt und dann lass mal gucken was der Tag heute bringt weil das ist schon gut gut dann machen wir mal auf jawohl und dann gucken wir mal ne dann gucken wir mal 250 kostete 1 ja wollen wir uns das noch mal leisten das machen wir noch mal shop shop äh up to basket bei so okay da warten wir jetzt drauf ich weiß nicht ab neune oder so kommen die ne schauen wir mal ja er wird mir sagen wenn das soweit fertig ist so was habe ich denn überhaupt für ein äh dingens für ein ranking shop level 2 shop level 2 fishes birds aquarium employees ja ich komme ich komme ich komme ich komme das schiff das schiff hat er eben nicht genommen ich komme ich komme so search jawohl haben wir alles da ne search zählen jawohl so dann lass mal ins depot gehen depot depot und wir place und place oder muss ich da noch wasser reinlassen bis du zu du bei 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 So, bitteschön. Dann haben wir da schon mal die Aquarien. Dann können wir mal überlegen, wie man das umstellen könnte später. So, alles klar. Super. So, komm her. Dann geht's weiter. So. Ach, da ist ja noch was. Mensch, sowas aber auch. Oder ist es jetzt erst erschienen? Das kann auch sein. So. Dann. Das lässt sich nicht immer überall droppen, das Ding. So, dann lass mal gucken. Depot. Depot. Level 7. 15 das haben wir ja alles nächste kommt mit 8 ich komme so die Dame jawohl wir haben schon wieder keine Weibchen mehr ob ich dann noch mal Weibchen hole 7 Weibchen das machen wir jetzt was auf Marke 7 Weibchen und dann holen wir doch noch mal so die haben wir nicht so Männchen Weibchen alles klar so search jawohl 5 3 ja ich muss mal gucken die Aquarien gehen gehen echt gut weg dazu sehen dass ich die Aquarien da die Aquarien da gefüllt kriege so so dann das gucken nicht Market sondern Inventory so place so und dann ach so ich muss hier auch noch so ein können wir mal eins Filter okay Depot und dann und dann wollen wir place in die Fische und die so alles klar und wir müssen so noch mal füttern ich komme gleich ich muss erst mal die Fische füttern ich komme so Nummer 1 search sehr schön ja ich sag die Aquarien gehen weg wie warme Semmeln so dann haben wir die auch dann müssen wir nur noch für die hier oben ach so da werde ich mal komm mal her dann ja dann 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 ja Vielen Dank.